hallo und willkommen zu einem weiteren hilfe video heute möchte ich euch zeigen wie man sich das php bb forum installiert dazu ganz schnell xamp gestartet das werden wir brauchen start von apache und start von mysql das passt dann schon und wir gehen jetzt in unsere standard suchmaschine und dort tippen wir ein php bb deutsch download und hier klicken wir dann download php bb punkt die und hier haben wir php bb pakete und andere angebote so wir gehen hier beliebte downloads und hier deutsches php bb 3.0.12 das ist die neueste version und diese laden wir dann herunter hier die zip datei und datei speichern das ganze wird jetzt heruntergeladen in der zwischenzeit können wir xamp starten und dann zu php my admin und hier auf datenbanken und datenbank anlegen wir legen die php bb datenbank an anlegen das war's jetzt gehen wir zu php bb und entpacken das ganze hier so wir wechseln jetzt in die php bb ordner dort haben wir wieder ein php bb 3 und dann und hier die dateien die hochgeladen werden müssen also ich lade jetzt den ganzen ordner auf meine webspace beziehungsweise da ich xamp benutze kopiere ich es einfach an die richtige stelle sonst muss man ja zum beispiel file zähler oder anderen ftp a client nutzen um das ganze hochzuladen auf den webspace ist aber auch nichts anderes als von dem eigenen rechner das ganze auf einen server zu kopieren so nach dem kopieren auf den webspace ist es hier im php bb 3 ordner und da springe ich jetzt rein also lokal host slash php bb 3 enter und man wird gleich zur installation weitergeführt hier hat man die sprach auswahl da hat man die sprache deutsch du deutsch sie ich lasse mal jetzt deutsch du angeklickt und wechsel von der übersicht zu installieren hier hat man die möglichkeit auch zu konvertieren aber das braucht man jetzt nicht so installieren hier hat man einige informationen zu dieser version und man klickt einfach mit dem nächsten schritt fortfahren hier hat man jetzt einige kompatibilitätseinstellungen die automatisch geprüft wurden alles ist okay firebird nicht verfügbar mysql server nicht verfügbar das ist alles okay da ja wir brauchen mysql oder mysqli und das ist verfügbar also passt es schon und jetzt können wir einfach installation starten klicken hier wählen wir aus mysql mysql mit erweiterungen das passt schon das erste jetzt datenbank server bei mir lokal host datenbank server port können wir auch freilassen datenbank name der datenbank haben wir vorhin angelegt php bb und datenbank benutzername ist bei xampt immer root der datenbank passwort ist keins und das der datenbank präfix bleibt php bb so mit nächsten schritt fortfahren die verbindung wurde erfolgreich gemeistert zur datenbank also können wir mit dem nächsten schritt fortfahren hier nochmal sprachpaket auswählen den benutzernamen einstellen das admin passwort eingeben das admin passwort eingeben nochmal eingeben kontakt e mail ist info at m page und die e mail wieder bestätigen und mit nächsten schritt fortfahren test sind bestanden und fortfahren konfiguration dateien wurden angelegt fortfahren so jetzt haben wir hier einige einstellungen die könnt ihr euch durchlesen und je nach bedürfnissen anpassen ich lasse es so wie es ist so das ganze wurde jetzt installiert datenbank tabellen erstellen ja bitte erstellen und das ganze wurde jetzt erstellt und hier haben wir herzlichen glückwunsch das ganze wurde so erstellt und jetzt klicken wir auf anmelden und hier sind wir direkt im admin bereich von php bb forum so sieht er aus der standard hier die foren und so weiter und wenn wir hier auf foren übersicht klicken wechseln wir zum eigentlichen forum und das war es auch schon unser forum ist installiert und wir können es jetzt unseren bedürfnissen anpassen ich hoffe das video hat euch geholfen bis zu einem weiteren auf wieder schauen ich Untertitelung des ZDF, 2020